Na, wenigstens trägt er heute kein Piercing. Singt? Wer singt? Dein Enkel sieht schlappig aus. Mein Enkel? Wo ist er denn? Ach, da ist er ja mein kleiner Liebling. Hab dir gleich gesagt, du sollst Opas Anzug anziehen. Mann, ihr seid voll peinlich. Ha, aber wenn's nachher uns Geld geht, dann hältst du beide Hände aufgetreu dem Motto Arm sein ist keine Schande, solange man genug Geld hat. Ach, ich weiß gar nicht, was aus dem man werden soll. Guck dir mal diese hübschen, hübschen jungen Menschen an. Wunderschön. Und du? Ich weiß wirklich nicht, was aus dem man werden soll. Du kannst später auch nicht von der Hand in den Mund leben. Das kann niemand. Doch? Der Zahnarzt. So ein Sisser Lollipop schmeckt so fein. Schiebst du ihn in deinen Mund hinein? Die Augen werden groß, dein Lächeln breit. Dann bist du auch für ihn bereit. Du bist ein Lollipop. Lollipop, oh la 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020